Ich befinde mich in Zierendorf, zeig einmal, was macht es denn da? Alles völlig normal. Da müssen wir jetzt zuschauen. Geh noch ein bisschen. Na, kalt. So, dann ist es gelb und grün. Für uns gibt es eine Wege. Und das Interessante daran ist, es tut dem Kopf nicht weh. Und es ist so kalt, bei Ihnen piepst es wohl ein bisschen. Ehe normal. Auf jeden Fall nicht mit dem Lieblings-Scopter, mit irgendeinem anderen. Guck guck. Guck guck. Das sind halt zwei Menschen, in der man sich wohl fühlt. Ganz einfach. Guck guck. Also nicht nur, dass es so kalt ist, es geht auch ein Wind. Tut ihm... Kalt. Wind. Part 3 Fahre mit einem Weg. Hinschlauch. Fahre mit einem Weg. Sachen, die ja jeder machen kann, sind langweilig. Musik Musik